So weiter geht's Klappemöwe Oh, das ist ein Möwe So, hier gehen wir lang Ja, wieder brav alles mitnehmen Ich weiß, wofür man das mal gebrauchen kann Ach, das ist so cool Ich überlege gerade, dass es das Oder ist das unten Ja Schön, dass jemand eine Laterne bei hat Oh, wunderschöne So Ich glaube nicht, dass man hier hochkommen soll, aber Wir versuchen es einfach mal, weil wir es können Hier ist rauf der Okay, mit ein, zwei Tricks kommt man hier rauf Was umliegt Wo ist denn, was mit dem noch ist Winter? Wir warten jetzt aber ganz brav auf Sommer Hier soll ich nur ein Fell bringen, ne? Ah, da, lass doch mal gucken Ich glaube, das waren acht Oder war das neun Ich glaube, so komme ich da gerne Mal gucken, ob ich hier rauf komme Was war doch hier oben, seht ihr? Da oben ist auch noch irgendwas Aber da werde ich wahrscheinlich nicht raufkommen momentan Ich weiß nicht Oh Gott, ein Stück hochlaufen Ah, acht Wusch Katze 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 Jetzt schnurrt das Mietchen, Kätzle. Ist das eine Katze? Die Mietze Katze. Die sind echt fies, weil die Kuchel... Ja, ich hör dich, Mietze. Ah, da! Uiuiui. Ist ja Wahnsinn! Okay, dafür brauche ich sechzehn. Dich! Komm, Sasa. Ja! Ja, wir können nicht schwimmen. Das haben wir ja schon mal festgestellt, ne? Da kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Dafür brauche ich einfach zu viele. Hier. Es war ein Tag rum, ne? Ich muss in... ...wei Tage... Mal... Mal... ...das war ein Ausflugbezeichen. Ähm... Warum? Das ist auch aber... ...das war mir... ...das war mir... ...und... 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 ...ben... Deswegen.. Ich...? ... ...ja, gleich dahin. Weil... ... da kommen wir anscheinend noch nicht ran. Ir will ich wahrscheinlich... ...aun... Das arme Land... Ist das ne, Kiste? Wäsche. So. So, mitgenommen. Da müsste man eigentlich was pflanzen. Da ist gar nichts bei. Ja, wir werden auf jeden Fall alle Quest machen. Alle. So, das ist eine gute Einstellung. Einfach alle Questen, um die man kriegt. So, schon wieder. Ähm. Hallo. Perfekt. Und nur noch rumkommen. Ich muss noch alle Katzen finden. Einfach muss ich aber erstmal in die ganze Welt bereisen. Um wirklich jede Katze zu finden. So, eine Box ist er noch. Wo bist du? Okay. Ah, da. Okay, ich habe jetzt Fell und ich habe, ähm, Dings bekommen. Boah, ist immerhin schon etwas, ne? Ich weiß, dass ich damit heute unternommen muss. So, wollen wir mal dahin gehen. Das Geräusch ist schon sehr geil. So, gehen wir mal hin. Ja, klappert er hinter mir. Jo. Ähm, ne, da muss ich gar nicht hinbringen. Da oben hinbringen. Stimmt ja nicht, hier unten. Hey. Wie hübsch das hier. Ah, guck, ich meins. Die Raupen. Oh, putzig. Was soll denn nach da oben? So. Ah, Waren, da solltest du schon hingehen, wenn du welche suchst. Ja, aber ich habe doch jetzt einen Pelz, oder? Tierhaut. Kann ich daraus jetzt Pelz machen? Kann ich denn jetzt daraus Pelz machen? Kann ich denn eine Falle bauen? Ich kann mich da anmachen. Oh, die. Okay. Hier hinten fehlt mir. Das ist noch ein ganzer Abschnitt. Das ist ein Abschnitt. Das ist ein Abschnitt. Ich werde jetzt erst mal, glaube ich, hier hinten hingehen. Und jetzt erst mal gucken, wo komme ich denn da hoch? Das könnte da lang hochkommen. Gut. Ich muss erst mal einen Gerberer finden. Ich glaube, ich weiß, wo... Ich habe einen schon mal gehabt, aber ich weiß gerade nicht, wo der ist. Dafür müsste ich von Stelle zu Stelle laufen und gucken mal, wo die sind. Wir müssen ja auch noch andere Aufgaben erledigen. Dass ich hier vielleicht drüber... dann darüber komme. Und es wird wieder Nacht. Und schwupps. laufen wir einfach mal weiter. Da war ein Wasch. Also, da oben konnten wir schon unglücklich machen. Da muss ich mir das Wasser hier noch bringen. Ich weiß nicht, wo man das ist. Hier lang hoch? Weiß es gar nicht. Das werde ich gleich sehen, glaube ich. Wo sollen wir runtergehen? Oh. Okay, cool. Davon brauche ich schon nur so viel. Okay, ich stehe jetzt auf der anderen Seite. Links. Ja, ein Düsternis habe ich entfernt. Notfall-Party-Vorrat. Echt jetzt? Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich höre mal hier rein. Ist es gerade einmal dazu aufgaben, was hier los ist? Weil wir es einfach können. Ist hier ein Durchgang? Komm mal, was ist denn hier? Hier war ich doch schon. Oh, Fische, was? Der Arben. Okay, da kann ich wieder rauskommen. Mal schauen. Sollen wir weiterlaufen? Das ist immer eine gute Idee. Da meine ich das, was ich aufdecken wollte, gar nicht aufgedeckt, ne? Da habe ich anscheinend auch einen. Ah ja, da habe ich die Brille geholt, genau. Und noch ein Auftrag. Da habe ich gar nichts bis jetzt. Zurück. Da fährst du schon wieder in die ganz falsche Richtung. Äh, typisch ich. Da fährst du schon. No. Ha, ha, ha. Und irgendwie einerseits bisschen pervers aus. Sonst werde ich es dann. Ich bin immer noch da hin. Oder raus. Kann ich nicht was tun. Aber nicht rausgekommen. Aber gut, wer weiter. Ob ich da irgendwie hochkomme. Okay, hier ist irgendwas. Das ist normal. Reinigung vertragen. Hier mal. Noch einer. Unsere Geistertruhe füllt sich lange. Oh nein. Er hat es jahrelang gedauert, bis ich den Schrein genau richtig schmutzig hatte. Und dann kommst du daher und reinigst ihn einfach. Ähm. Ja. Das ist auch ein dreckiger Schrein. Und das ist auch ein Schrein der Menschen. Also. Die beschwert sich ganz schön. Oh, dein Rucksack. Das reinste Chaos. Du bist wohl nicht so übel, wie ich dachte. Und nächster kleiner Grummelgeist gefangen. Ach, sehr schön. Ich weiß zwar nicht, wozu ich das brauche, aber es gibt bestimmt... Ah, ich weiß, glaube ich, wo der... Der wird wahrscheinlich in diesem Schneebiom sein. Würde ich mir gut vorstellen, dass der da rum befüllt. Okay, jetzt muss ich jetzt mal gucken, wie ich da wieder hochkomme. Ich habe mir jetzt erstmal hier einen Schrein gemacht. Und dann habe ich noch so ein kleines Geistlein gefunden. Bis da wird wahrscheinlich eine Abkürzung gedacht sein. Als Abkürzung, statt hier bei diesem ewig langen Geistlein zu laufen. Na toll. War ich da oben schon? Aber dein Bild sieht aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Ach. Was ist hier denn? Hm, das war wohl mal eine Mühle. Okay. Die Musik ist eigentlich auch total schön. So, wir gehen einfach mal jetzt hier rum. Ja, wir gehen weiter rum. Und ab auf die neue Ebene. Ja. Musik, herrlich. was bräuchte noch das problem lösen hier, gut war eine truhe ah, große haarfarbe braucht man ja auch unbedingt guck mal, das ist eine freude kann jemand mal hoch hallo Krimskrams ok, er ist ein Name für Krimskrams hi ok, du hast von mir scheinliche Teile, ne? ok ja, da ja, da ja, da will ich gar nicht jetzt hab ich und noch eine Truhe ja, mehr oder weniger ist es ja unsere Aufgabe ja, alles dunkle wegzumachen also die Finsternis zu ver beenden so, da war ich immer noch nicht ok oh, hier gibt's die grünen hübsch, ne? also, wie es aussieht, bräuchten wir auch hier einen Reiter, also einen Hof den haben wir auch noch nicht gemacht also wo gibt's ne Truhe? seltsam, seltsam ok, gehen wir einfach mal weiter wir wollen ja nicht warten lassen das ist ja das ist ja Vielen Dank.